Mein Name ist Claude Englebert. Ich arbeite bei der Winzenspforte in Hildesheim. Ich setze dort das StreetSmart-Projekt um und gründe mit den Gästen aus der Winzenspforte eine soziale Stadtführung. Wir wollen anderen Menschen aus der Gesellschaft zeigen, was Obdachlose alles tun müssen, um den Tag hinter sich zu bringen und wie kompliziert das Leben auf der Straße sein kann.